Da bin ich wieder mit einem kleinen Wohnzimmergruß. Vielleicht waren einige von euch ja wieder im Kindergarten oder in der Schule in der letzten Woche. Ich habe jedenfalls ein kleines Lied mitgebracht. Das könnt ihr gerne mit euren Freunden im Kindergarten oder in der Schule mal ausprobieren, aber das geht natürlich genauso gut auch zu Hause. Mama und Papa dürfen auch gern wieder mitmachen. In einem Tiki-Taki-Tuki-Häuschen Da wohnt ein kleiner Mann In einem Tiki-Taki-Tuki-Häuschen Da wohnt ein klitzekleiner Mann Was macht der kleine Mann Was macht der kleine Mann In seinem Tiki-Taki-Tuki-Haus Das ist schon alles, das probieren wir gleich gemeinsam. In einem Tiki-Taki-Tuki-Häuschen Da wohnt ein kleiner Mann Da wohnt ein kleiner Mann In einem Tiki-Taki-Tuki-Häuschen Da wohnt ein klitzekleiner Mann Was macht der kleine Mann Was macht der kleine Mann In seinem Tiki-Taki-Tuki-Haus Er macht ein Tiki-Taki-Tuki-Tänzchen Mit seiner kleinen Frau Mit seiner kleinen Frau Er macht ein Tiki-Taki-Tuki-Tänzchen Mit seiner klitzekleinen Frau So tanzt der kleine Mann So tanzt die kleine Frau In ihrem Tiki-Taki-Tuki-Haus Ich wünsche euch viel Spaß beim Tanzen mit eurem kleinen Mann und der kleinen Frau Viel Freude, probiert's aus Tschüss! Ich wünsche euch das mit Maj זה Untertitelung des ZDF, 2020